Diese christliche Plattform heißt YesFlix. Das ist wirklich wahr. Ich habe das nicht erfunden. Gott hat jetzt seinen eigenen Streaming-Kanal. YesFlix. Und was kostet er im Monat? Sieben Vaterunser und 99 Ave Maria? Hey, was da angeboten wird, das ist so OMG. Das meistgehörte Wort zur Zeit ist ja resilient. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Könnt ihr mir das mal in die Kommentare reinschreiben? Was ist resilient? Gut, also ich kenne die Filmserie Resilient Evil. Da geht es auch um ein Virus, der Z-Virus. Zorona und die Resilient Evil-Reihe, das sind Filme mit Gleichberechtigung. Mila Jobowitsch, nicht zu verwechseln mit Willi Milowitsch, ganz wichtig. Mila Jobowitsch, die spielt in allen Folgen eine Frau mit einer Knarre gegen eine Million Zombies und ein paar Monster. Das ist wegen der Quotenregelung. Aber die Mila, also die Jovo, die Vitsch, she puts the woman into woman. Das hört sich jetzt, das hört sich komisch an, oder? Sie putzt die Wumme als woman. Nein, putze Wumme into woman. Hey, die Jovo Miller, die ist auch privat knallhart im Nehmen. Ich bin mal mit der, war die Geschichte, bei Wetten, dass, auf der Wettpattencouch gesessen. Hey, die kann saufen wie ukrainischer Lastwagenfahrer. Die kann was wegputzen. Also, she puts the Alkohol into woman. Hey, die hat vor der Sendung eine Flasche Schampus weggezogen. Während der Sendung zweite Pulle. Und nach der Sendung hat sie gesagt, hey, kann ich jetzt something to drink haben? Und dann hat die auf der Couch bei der zweiten Flasche Champagner, da hatte die Handlung von Resilient Evil Teil, also irgendwas zwischen 3 und 5, das hat sie dann so exakt, klar, genau erzählt, dass wir sie alle verstanden haben. Bei mir ist als Handlung hängen geblieben, über einem Zombie-Dance-Wert von 100 darf man nur raus zum Untote töten mit positiven, ja, positiven PCR-Test. Und einer Schussabstandslänge von mindestens, also 1,5 Metern. Also so ein Baby-Zombie-Fund. Sonst greift die Notbremse. Ja, Notbremse im Action-Film. Schlupflinte. Ja, Notbremse, mit geistiger und körperlicher Ausgangssperre. In Bayern haben wir die ja, also vor 21 Uhr und nach 12 Uhr mittags, also wegen der Weißwurst, Krieg der Ausgangssperre. Klar war's, die Rückkehr der Südiritter. Oder Teil 2, das Imperium schlägt zurück. Ja, das war nicht mein Bester. Aber ab 21 Uhr darf man nun als Bayerin raus, nur noch mit triftigem Grund. Aber was ist ein triftiger Grund? Ficken, oder? Ab 21 Uhr wird zurückgefenstert. By the way, als Kanzlerkandidat ist der Söder jetzt wahrscheinlich, ja, irgendwie, vielleicht weg vom Fenster. Und apropos, ein Kandidat muss raus und alle anderen haben Ausgangssperre. Seit letzter Woche läuft Staffel 2 von Promis unter Palmen. Ja, ja, nicht nur die CDU, auch Sat.1 macht mal wieder Premium-Unterhaltung. Promis unter Palmen. Freunde, das ist, wow, das ist wirklich harter Trash. Ich meine, im Vergleich dazu wirkt Love Island wie das literarische Quartett. Selbst die Bild-Zeitung titelte diese Woche dazu, Warum zeigt Sat.1 diesen menschenfeindlichen Dreck? Die Bild-Zeitung. Also die Bild-Zeitung. Die hat geschrieben, ich wiederhole es nochmal, Warum zeigt Sat.1 diesen menschenfeindlichen Dreck? Die Bild hat das menschenfeindlichen Dreck. Die Bild-Zeitung. Ohoho, Promis unter Palmen. Und es war auch ein Adliger mit drin. Prinz Markus von Anhalt. Das ist aber kein echter Adliger, ist ein gekaufter. Also so ein Adelstricher. Süßer, 50 Meter Hand, 100 Mikrone. Gut, also soweit ich weiß, ist der Prinz Markus Anhalter ein Zuhälter. Per Anhalter durch die Galaxis des schlechten Geschmacks. Sexismus, Mobbing, Homophobie. Liest sich ein bisschen wie altes Parteiprogramm der CSU. Wie ein altes bayerisches Sprichwort besagt, Auf der Palmen, da gibt es keine Sünde. Promis unter Palmen. Ich meine, eigentlich müsste diese Sendung ganz anders heißen. Ärsche unter Palmen. Ja, aber das Ganze ist ja eh nur eine billige Kopie. Ich zeige euch mal, Promis unter Palmen, das Original. Also so eine Art Trash-Fernsehen weckt bei mir das Bedürfnis nach heiler Welt. Nach was Schönem, Schönes Fernsehen. Ohne Arschgeigen. Aber mit André Rieu. Sag Ja zum Fernsehen. Sag Ja zum Streamen. Bibel TV hat seit einiger Zeit eine eigene Streaming-Plattform am Start. Und da drauf, also sollen nur positive und lebensbeahende Inhalte angeboten werden. Mit dem Slogan, das Gute sehen. Diese christliche Plattform heißt YesFlix. Das ist wirklich wahr. Ich habe das nicht erfunden. YesFlix. Gott hat jetzt seinen eigenen Streaming-Kanal. YesFlix. Wieso heißt der Sender eigentlich nicht? Kruziflix. Und was kostet er im Monat? Sieben Vaterunser und 99 Ave Maria. Ich war auf dieser YesFlix-Plattform drauf und ich bin nun auch ein Zeuge von Jehovas Fernsehen. Hey, was da angeboten wird. Das ist so OMG. Beeindruckend. Keine Gewalt. Keine Action. Keine Brüste. Nix. Also nix. Fix. Statt Die Hard, Pray Hard. Beichten ohne Mundschutz. Ich meine, Fernsehen ohne Gewalt, ohne Action, ohne Brüste. Das ist ja wie Saufspiele mit Weihwasser. Zum Bündchen. Also nur um euch mal die Dimension zu geben. YesFlix. Pass auf. Da gibt es die Rubrik, beliebteste Serien. Und normalerweise, wenn du sowas machst, als Streamer, da stellst du die aktuellsten, besten Serienkracher hin, die alle sehen wollen. Und bei YesFlix auf Platz 1 steht, Ein Engel auf Erden. Kennt ihr das noch? Das ist eine Serie aus den 80ern mit dem Originaltitel Highway to Heaven. Ich meine, allein für das Wortspiel müsste ein Engel seine Flügel verlieren. Und der Hauptdarsteller von Ein Engel auf Erden, das ist der Little Joe aus Bonanza. Michael Landon nach seiner Heiligsprechung. Und die Basic Handlung, also von jeder Folge. Der Little Joe kehrt als Engel auf die Erde zurück. Er erhält von Gott den Auftrag, den Menschen Liebe, Verständnis, Rücksichtnahme und Achtung beizubringen. Und obwohl er überirdische Kräfte besitzt, kommt er meistens ohne sie aus. Der Zuschauer aber nicht, der braucht diese überirdischen Kräfte, um nicht einzuschlafen. Hey, pass auf, dann habe ich Ein Engel auf Erden, Highway, habe ich angeklickt. Und daneben ploppte ein Fenster auf, nur für Abonnenten. Welche Abonnenten? Vom Wachtturm? Und wenn man da dann nochmal draufklickt, dann steht daneben, das könnte Ihnen auch gefallen. Und da wird, ey, pass auf, und da wird es dann versaut. Erster Film, das Cowgirl und die Wildpferde. Und das Schlimme ist, wenn man einmal so einen versauten Gedanken im Kopf hat, da machen alle anderen Filmtitel einen völlig anderen Sinn. Allein zu Hause mit Opa. Teen Star Academy. Wir machen aus dir einen Star. Die Weinstein Edition. Und zu guter Letzt, jetzt wird es hart, Freunde, rennt ein Elf. Da hupen Sie draußen schon. Das ist Aufforderung zur Märchenprostitution. Danke. Ich muss ja zugeben, ich hatte ja gewartet auf die Serie zur Kreuzigung. Hör mal, wer da hämmert. Die FC Bayern Edition mit Julian Nagelsmann. Dem neuen Ball-Messi-Ass. Hey, pass auf. Ich hätte einen Titel für eine erzkatholische Bundesligasportschau. Die Hand Gottes, Berichte aus dem Kreuzeck. Der FC Bayern macht übrigens demnächst einen eigenen Streaming-Dienst auf. Heißt No Flick nach dem Evangelium von Matthäus. Aber jetzt einmal im Ernst. Wenn Gott, also der Gott, hier, der Gott Gott. Wenn der einen Fernsehsender hätte. Ich meine, was würde denn Gott wirklich senden? Wenn man der Bibel und RTL glauben will, ist ja die allererste Serie. Adam sucht Eva, gestrandet im Paradies. Mein Gott. Wenn ich Gott wäre. Und ich hätte meinen eigenen TV-Sender Streaming. Hey, was würde ich denn da alles drauf tun? Da mache ich denn nicht so langweiliges Zeugs drauf. Wenn ich Gott wäre, dann gibt es zum Schauen nur noch Holy Shit. Dann mache ich doch Tutti Frutti Reloaded. Die Rückkehr der Erdbeere. Ich Tutti Frutti. Mit dem sind wir aufgeklärt worden. Heute noch, wenn ich an einer Obststalle vorbeigehe, kriege ich einen Ständer. Und das Wichtigste für mich. Also wenn ich mit der Meier einen Streaming-Sender machen würde. Das braucht erstmal einen geilen Namen, oder? Michel Prime. Und dann nur noch geile Werbung. Weißt du, so Sachen, die es gar nicht gibt. Als erstes wird wieder eingeführt, Werbung für Holzdeckenlamellen. Jawohl. Sponsort bei Capri-Sonne. Ja, Capri-Sonne. Biologisch, ökologisch, einwandfrei. Mit einer Verpackung, aus der man einen SUV basteln könnte. Oh, ich hätte noch eine Werbung für Yes-Flix. Das Yes-Tortti. Die größte Geburtstagslüge der Menschheit. Kennt ihr diesen ikonischen Werbespot noch? Ein Pärchen im Amazonas-Dschungel. Sie sitzen in einem Zweimann-Frauzelt. Es regnet in Sträumen. Die beiden trinken heißen Kaffee. Nirgends ist ein Lagerfeuer. Hä? Okay. Sie hat Geburtstag und sie jammert rum. Eigentlich feiert man so einen Tag. Ja, doch ein bisschen anders. Zu Hause mit Freunden und einer Torte. Er grinst und zieht ein Yes-Tortti raus mit einer brennenden Kerze drauf. Obwohl es regnet. Und sie ist glücklich. Und er wünscht dir was. Ja, was soll sie sich wünschen? Wenn mir einer so eine in Quaderform gepresste süße Pampe schenken würde, mit so einer kleinen vergammelten Grabkerze drauf, mitten im Amazonas-Dschungel, kurz bevor das Zelt wegschwemmt. Ich meine, die Frage ist ja, warum hat denn der bei Amazonas-Prime nicht was anderes bestellt? Zum Beispiel eine richtige Torte, du Depp. Und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der einen eigenen Streaming-Kanal will. Ich meine, wenn Gott einen Sender hat, ja, dann will der Teufel doch sicher auch einen. Und Sat.1 gehört ja schon jemand anderen. Nicht Bibel-TV, sondern Satan-Channel. Wie zu Filmkrachern wie vier Fäuste für ein Halleluja oder die rechte und die linke Hand des Teufels. Statt Yes-Flix, das gute Sehen, nun Nein-Flix. Auf bayerisch Netflix. Netflix, das hat da Deifixen. Netflix, Freunde, da wird Tutti Frutti das Kinderprogramm, Andrea Kiwi als Erdbeere. Und im Nachmittagsprogramm so ein lustiger Emoji-Zeichentrick-Film. Statt die Eisprinzessin, die Aubergine. Und da müssen natürlich Netflix kontern. Aber womit? Mit heiler Welt. Das Traumschiff. Oh, I love it. Hey, Traumschiff. Das ist immer die MS Deutschland. Traumschiff mit Eifersucht, Liebesgeschichten, Freundschaft, Versöhnung und immer, 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 immer. Harmonie. Und ich muss zugeben, das wäre ein persönlicher, beruflicher Traum von mir. Einmal die Leiche spielen im Traumschiff. Obwohl Leiche beschreibt ja die Zielgruppe schon ziemlich gut. Danach liefe dann Schwarzwaldklinik. Reloaded. Hey, das waren Zeiten. Schwarzwaldklinik. Höchstquote 28 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Ich meine, damals hatte Pflege noch einen Wert. 28 Millionen. Und es war noch vor der Wiedervereinigung. Apropos Wiedervereinigung. Ich habe letzte Woche die russische Version von Herr der Ringe gesehen. Krantelli. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das ist Wahnsinn. Schaut euch das an, wenn Peter Jackson das sieht, dann kriegt er einen Schlaganfall. Krantelli. Ich meine, das ist eine Outer-Body-Mind-Experience. Um das mal zu beschreiben, die Wirkung. Also habt ihr euch schon mal total bekifft einen tschechischen Märchenfilm aus den 60ern angeschaut. Vergiss harte Drogen. Das ist viel intensiver wie Lollig und Bollig auf Novichok. Herr der Ringski. Und die Figuren, die sind episch. Hey, der Gandalf, der schaut aus, als würde er so eine Polit-Talk-Runde in den 70er moderieren. Bericht aus Bonn. Zu Gast. Gollum und Helmut Kohl. Arwen ist so eine Puffmutter aus dem London des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Aragorn ist der dritte Sohn eines Brauereigauls. Und die Hobbits sehen aus wie sehr, sehr kleine, mittelalterliche Deutschlehrer aus dem Inzest-Hall in Günzelburg. Und es ist wirklich, hey, wenn du da zehn Minuten schaust, bist du brettelbreit. Ich habe mir das eine Stunde reingezogen. Ich war zwei Tage nicht ansprechbar. Und ich hatte Halluzinationen. Ich habe mir dann zum Auslüchtern erstmal die letzte Folge Traumschiff angeschaut. Auf den Malediven. Das war die Handlung. Und dann dachte ich, ich brauche was Härteres. Habe das Staffelfinale Walking Dead angeguckt. Und großer Fehler. Weil die beiden sind so miteinander verschmolzen. Zu einer Serie. The Swimming Dead. Das ist der inoffizielle Untertitel übrigens vom Traumschiff. Pass auf. Kapitän Rick Silbereisen hat sich eingesperrt. Auf der Brücke. Mit Nigen. Die Zombies lagen alle am Pool. Und dann kam Mila Jovovich. Wummelwummen. Mit einer Flasche Champagner. Und hat gesagt, heute ist mein Geburtstag. Aber normalerweise feiere ich immer mit Freunden und bläst dem Yes Tortiman die Kerze aus. Und dazu lief der Soundtrack. No woman, no cry. No woman, no cry. Ja, Freunde. Innen. Das war das große Staffelfinale von Open Mic. Ob er jemals wiederkommt. Und in der Pause schreibt es mir bitte alles, was ihr wollt, in die Kommentare. Aber das Wichtigste. Was sollte ich zum Beispiel auf meinen eigenen Streaming-Sender Michel Prime? Was sollte da laufen? Welche Serien? Welche Werbung? Ja. Und wir sehen uns wieder. Oder irgendwann zur Primetime. Ich gehe jetzt erstmal mit Zept auf Jubiläumstour. Ich wünsche euch wirklich alles Gute. Bleibt gesund. Fahrt nicht zum Amazonas. Und denkt immer. Wir tun, was wir können.